In Stanz steht das Geburtshaus des großen Tiroler Baukünstlers Jakob Brandauer, das derzeit restauriert wird. Dazu erzählt der Hausbesitzer und Edelbrenner Christoph Kößler. Das Haus selber ist schon eine längere Zeit im Ausbau und ist als Wohnhaus praktisch adaptiert worden. Man hat versucht, alles was im alten Teil ist, genauso zu belasten, wie es ursprünglich war, was noch erhalten war. Und teilweise eben so Nasteile hat man ins Neue verfrachtet. Ja, wir haben uns eben entschlossen heuer, dass wir die Fassade mal neu gestalten, weil es einfach höchste Zeit war, dass man da was tut, weil einfach das Wetter und die Zeit eben an der Fassade genagt hat und jetzt ist es eben so weit, dass wir beim Finalisieren sind. Wir haben da letztes Jahr noch eine kleine Wohnung umgebaut und da haben wir auch eine Kleinigkeit noch gekriegt. Und jetzt bei der Fassadegestaltung haben wir jetzt eigentlich mehr gekriegt von der Ortsgerkern-Repitalisierung oder kriegen wir, als wir vom Denkmalamt. Also es funktioniert ganz gut über diese Institution. Restaurator Gebhard Ganglberger. Ja, wir haben wieder die Fassade soweit in Stand gesetzt, haben wieder eine neue Färbelung drauf gemacht, haben die Soglückbereiche wieder gerichtet und ja, jetzt momentan sind wir noch bei den Fassadenbildern, werden noch die Fassadenbilder restauriert. Und ja, wir haben jetzt einfach wieder angestrebt, dass wir die bauzeitliche Fassung wieder präsentieren und die Bilder, was wir jetzt auf dem Haus sehen, die wurden in den 1960er Jahren bereits freigelegt, die waren schon überstrichen und jetzt haben wir eigentlich diese Quadrungen, die Eckquadrungen sozusagen wieder bauzeitlich in diesem Ocroton gefasst und um die Fenster haben wir ganz eine schlichte, einfache Rahmung, die was auch aus der Bauzeit stammt. Also da hören wir noch auf dem Verputz, der was bauzeitlich ist und die Eckquadrungen sind auch aus dieser Zeit und in einer zweiten Phase von 1728 sozusagen die zwei heiligen Bilder auf der Fassade noch gekommen, die auch wieder mit einer neuen Putzschicht, mit einer neuen Freskeschicht aufgemalt wurden und aus dieser Zeit stammt dann auch die Sonnenuhr. Architekt Harald Kröpfel koordiniert die Ortskern-Revitalisierung. Das Geburtshaus von Jakob Brandauer, das wurde von der Ortskern-Revitalisierung unterstützt. Die Fassadenarbeiten, die notwendig waren, die werden jetzt derzeit gerade erneuert und wie gesagt, die Arbeiten werden finanziell unterstützt.